Ich arbeite im Spielprojekt und ich leiste Präventionsgebugarbeit für die Sanktgemeinde und das Spielprojekt, das ist ein Projekt vom Holfen Bildungswerk. Und das Holfen Bildungswerk, also meine Mütterin, hat in Zusammenarbeit mit der Lebensumgebungsstelle, mit der Oberschule und dem PPZ, in dem diese Zirkussorge wie organisiert und möglich gemacht für die Kinder. Und zwar, vielleicht haben sich der andere Amt schon gewundert, warum das halt kostenlos für die Kinder war. Und zwar gibt es ein Finanztopf vom Bundesministerium über das Projekt Kultur macht stark. Und dieses Projekt Kultur macht stark, das ermöglicht halt in vielen Sanktgemeinden, die außerhalb von den Großstädten hängen, das mal so zu sagen, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, an so einer Service noch mal teilzunehmen. Weil, genau, in vielen Städten wird das ja angeboten und es kostet natürlich dann auch immer Geld. Und deswegen ermöglicht dieses Kultur macht stark, das halt alle Kinder, die vielleicht haben, sich mal in einem Sägesbereich auszuprobieren. Genau, ich möchte jetzt auch gar nicht bei mir weiter erzählen. Wenn wir uns da reden, das wollen wir jetzt einfach mal an die Zirkusset heute ab. Ja, auch wir heißen euch und sie herzlich willkommen. Und vielleicht stehen wir uns auch noch mal kurz vor. Ich bin Milan und neben mir steht meine Überschwester Janne. Und wir haben dann jetzt seit Montag mit 14 Kindern und Jugendlichen, ja, Zirkus gemacht. Einige hatten vorher noch gar keine Erfahrung mit dem Zirkus oder mit dem Zirkus selber machen. Da waren schon mehrere dann auch mal bei einer Zirkusvorstellung dabei. Aber wirklich viele von denen hatten jetzt vorher noch nicht selber Zirkus aktiv gemacht. Und ja, jetzt möchten wir Ihnen und euch dann gerne das Ergebnis der Projektwoche präsentieren. In ungefähr einer halben Stunde, oder eine halbe Stunde dauert das ungefähr, das Programm. Und deswegen reden wir gar nicht lang und wünschen einfach viel Spaß und viel Familie. Also dass wir uns in diesem Tag mit dem Zirkus vorbilden sind. Und wir sehen uns schon mal, genau wie viele Leute ganz gut nach, weil sie kommen an. Und wir sehen uns nicht. Aber, wir sehen uns von uns bei den BOS. Wir sehen uns bei den BOS. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020